direkt hier rennt einer rum und lootet ach komm ja wenn ich grad rein und auf einmal ich target engage das galte nicht mehr jetzt geht er die Leiter hoch ha boin ich war an der gleichen Stelle wo ich den anderen schonmal gekillt hab gell überhaupt nicht aber da kommt man doch auch ohne Leiter hoch auf des Dach ja da müssten wir aber halt von der Factory aus die Treppe runter oder halt im Gebäude auslangen und laufen ja die Mechsen deswegen gehen die aus und in der Leiter hoch was ja irgendwie voll behindert ist und jo boah ich bin C3 gespawnt